In einer großen Fensterscheibe des Supermarkts komme ich mir selbst entgegen, wie ich bin. Der Schlag, der trifft, ist nicht der erwartete Schlag, aber der Schlag trifft mich trotzdem. Und ich gehe weiter, bis ich vor einer kahlen Wand stehe und nicht weiter weiß. Dort holt mich später dann sicher jemand ab. In einer großen Fensterscheibe des Supermarkts komme ich mir selbst entgegen, wie ich bin. In herkömmlicher Lyrik gibt die Kürze eines Verses den Worten besonderes Gewicht. Hier ist das Gegenteil der Fall. Das sind keine richtigen Verse. Das sind tatsächlich abgebrochene Zeilen, die den Text wirken lassen, wie flüchtig dahin geweht, wie eine sekundenschnell angefertigte Tuschezeichnung ohne Korrekturmöglichkeit. Selbst entgegen kommt sich da einer, wie er ist, also offenbar im Spiegelbild. Unerwartet damit konfrontiert zu werden, wie man ist und nicht, wie man denkt, zu sein, ist offenbar ein Schock. Der Schlag, der trifft, ist nicht der erwartete Schlag, aber der Schlag trifft mich trotzdem. Inwiefern ein nicht erwarteter Schlag? Welchen Schlag kann man denn erwarten? Das ist reinste Comedy. Zu erwarten wäre, dass er gegen die Scheibe knallt, wenn er weitergeht. So benommen, wie er von der Begegnung mit sich selbst ist, wäre ja möglich, dass er vergisst, rechtzeitig zu bremsen. Das Abgesetzte trotzdem versetzt dem Leser dann tatsächlich einen Schlag. Und ich gehe weiter, bis ich vor einer kahlen Wand stehe und nicht weiter weiß. Kahl heißt so viel wie ohne Informationen. Die Wand selbst gibt keine Hinweise darauf, wie es weitergehen soll. Geradeaus geht es jedenfalls nicht weiter. Da ist die Wand. Das Ganze wird jetzt tatsächlich konventionell lyrisch-allegorisch. Ein Punkt im Leben, an dem man nicht weiter weiß, als man sich darüber klar wird, wer oder was man eigentlich ist und wo im Leben man gerade steht. Dort holt mich später dann sicher jemand ab. Das kann die Hoffnung bedeuten, dass ein anderer Mensch einem vielleicht wieder eine Perspektive eröffnet. Die andere Möglichkeit ist die, dass dies ein ähnlicher Witz wie der Lauf gegen die Scheibe ist. Damit, dass er die Allegorie von der weißen Wand, vor der er steht, plötzlich wörtlich versteht, schüttelt der Sprecher die Benommenheit vom Schlag, den ihm die Selbstbetrachtung versetzte, wieder ab. Also, jetzt geht euch nicht weiter, weil ich nicht wieder ein Maria von Schlag, denn da war ich so einỉ aku, weil wir mit der